Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir gestern. Das erste Video hatte ich mehr Abonnenten so erfahren. Aber das ist jetzt egal und wir spielen weiter. Nur eine Runde, nur eine, nein, lass mal fünf Runden machen. Nur fünf Runden. Und eins müssen wir davon Äppchen schaffen. Zwei blaue schonmal. Ich mache eine Waffe. Hallo? Komm! Noch vier Runden. Also schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Fragen so habt, schreibt sie, wir versuchen sie zu beantworten und alles. Also wir spielen mal weiter. Aber sie schaffen, wir schaffen das. Schwimmer, wir bleiben noch, wir sind färbt noch, damit wir nicht sterben. Wir schaffen das. Kennt ihr das, wenn Leute so Namen von Serien oder so von ihren Schwiebeln nutzen? Und kennt ihr das, wenn Leute so ein Sturmgewehr haben oder so ähnlich? Schießen dann überall herum, damit die Leute sehen und killen die dann. Aber das schaffen die nicht. Das war passiert. Der hat mich getroffen. Ich hab den gekillt. Die sind hier meine Aufgaben. Mann. Warum sterben keine Leute mehr? Schnellen. Mach es. Schnellen. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hey, was war das für ein Bad? Ich konnte mich fast gar nicht bewegen. Zweiter Platz gewonnen, ey. Zweiter Platz. Zweiter. Zweiter, Leute. Zweiter. Noch drei Runden. Zweiter. Oh mein Gott. Das war voll der Bug aber. Und habt ihr gesehen, wie ich alle Leute gekillt habe? Ich schmier mal weiter. Ich schmier mal weiter. Na, nach drei Runden genau. Genau, drei Runden. Zweiter Platz bin ich gewonnen. Zweiter Platz? Mit fünf Kipps, glaube ich. Zweiter Platz, genau. Hä, was ist das für ein Bug? Bug? Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Leute, mit dem stimmt auch was nicht. Irgendwas stimmt hier gar nicht. Hä? Was ist das für ein Bug? Hä, warum ist das denn? Wir können uns gar nicht bewegen. Guck, das ist gleich. Wir haben uns schon jetzt gebackt. Keine Ahnung. Ey, ich glaube, ich weiß. Ne, äh, ich glaube, ich weiß nicht. Hä, die Zöne kommt noch. Wir werden sterben. Ey, ich schwöre, die Zöne kommt, ne? Ey, weißt du, was kann ich nicht. Komm, du. Ey, komm. Ey, und Leute, auch. Genau, ich verlieh noch HP. Ich verlieh noch Leben, aber ich kann nicht laufen, ne? Ne, ey. Leute. Leute, ihr müsst euch das angucken. Was ist das für ein Bug? Ich kann mich gar nicht bewegen. Warte, Leute. Und wie weit die sterben noch? Warte, Leute, wenn ihr nur das dann geguckt habt, aber das andere nett, also das erste Video nett, dann kann ich sagen, das ist wie Fortnite. Es, ich glaube, es ist alles wie Fortnite. Guck mal, wie viele Leute vom Sturm erpasst wurden. Guck mal, wie viele Leute. Leute. Oben links steht das alles. Alle werden vom Sturm gekillt. Die werden alle vom Sturm gekillt. Ey, ich glaube, jeder macht Äbchen. Sieht. Nein, jeder macht Äbchen. Die werden vom Sturm gekillt, alle. Hast du das gesehen? Das passiert sogar alles zumal. Leute, wir haben jetzt passiert alles ganz zum ersten Mal. Noch zwei Runden. Ich hab so gemacht, wir machen fünf Runden. Und eins muss ich Äbchen schaffen. Noch zwei Runden. Was hast du denn eins Äbchen gemacht? Nein. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Also, Leute, ich hab gerade ein Video gemacht, da hab ich ein Äbchen gemacht, glaubt mir. Und da, und da war so ein Back, ne? Komm, willst du mit mir spielen? Nein. Ah, Mann, ich schaff das nicht. Warum schießt der nicht, dieser Pfeil? Das ist meine Angst. Ich sehe abeilt noch, was ich es wäre. Was ist mit dem? Leute, ich hab nur zwei HP. Ich hab nur zwei HP. Jetzt hab ich voll HP. Ich hab nur zwei HP und damit machst du es für dich. Bestimmt, ne? Ja, 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 ich hab das bestimmt, ne? Bestimmt. Zehn Leute leben noch. Leute, wir müssen jetzt ein Äppchen schaffen. Guck mal, er kommt genau zu mir und steht, dann killt er mich. Ich hab nur noch einen Versuch, Leute. Einen Versuch. Ich wollte euch jetzt was sagen, was scheiße ist. Die pushen voll. Die pushen voll. Die pushen richtig. Er hat irgendwie keine Chance. Er hat gar keine Chance. Noch eine Chance, Leute. Die pushen ohne Ende. Leute, weil das letzte Runde ist, gehen wir hier hin. Ja, war das bei mir auch zu Hause noch. Letzte Runde. Letzte, allerletzte Runde. Meine letzte Runde. Ah, ich hab verkackt. Leute, das war's. Ah. Alles. Wir machen. Wir machen. Oder? Wir machen. Wir machen. Untertitelung des ZDF, 2020